Oh, sie sind weg. Na gut. Echt mal hier. Dam, dam, dam. Du, bidibidam. Dam, 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 dam. Du, bidibidam. Komm doch mal her hier, du. Komm her, du. Käfer, Krabbel, Gedöns, Teil. Hey. Krieg dich eh, ne? Also. Okay, die Fischer sind echt gemein. So. Aber jetzt. Ist noch was im Busch? Böse ist im Busch? Gutes im Busch? Gar nichts im Busch. Was ist hiermit? Gut, das ist festbetoniertes Handtuch. Dann klamotten wir ein paar Steaks. Weil ich verfressen bin. Na komm her, gib uns deine Klamotten. No. Was? Freak zeigt dir an? Ich bin doch kein Freak. Oh, da hat sie noch eine versteckt. Na komm mal her, meine Kutze. Verstecken gibt es hier nicht von mir. So. Schön. Da haben wir hier ein bisschen aufgeräumt, würde ich sagen. Das werdet ihr bereuen. Jups. Und. Huii. Jups. Gut. Das Telefon klingelt wieder. Aber. Ich lass es einfach mal klingeln. Es hat eh schon wieder von alleine aufgehört. Auch gut. Oh, der, der geht schon ran, ne? Wenn es wichtig ist, gucken sie nochmal an. So, ich gebe es noch nicht zum Sammler. Aber dann würde ich hier noch ein bisschen sammeln. Oh, du. Oh, du. Das wollte ich doch nur gar nicht. Super Busch mit B. Das wollte ich doch nur gar nicht. Mann. Ich wollte doch mal noch das Zusatzdinger holen. Hallo. Hallo. Gut. Dann würde ich sagen, wir tun das mal hier alles ein bisschen abarbeiten. Hui. Jups. Hui. Jups. Und. Jups. Ach, boah, die haben noch Klamotten an. Nichts Platz. Ich bin auch kein Hund. Ich bin ein Hase. Ich bin ein Hase. Lust auf Shoppen. Lassen Sie sich Babels neuen Gruppendiscount für Shopping-Süchtige nicht entgehen. Das sind die im Preis die ganze Zeit. Ich will dich doch nur ausziehen, Mann. Komm her. War das so schwer? Was sind das denn für Hilfsarbeiter? Wer hat euch denn angeholt? Thomas? Der Hund heißt Thomas? Da würde ich mir aber Gedanken machen. Jups. Meine Uniform. Mein Anstecher. Hui. Jups. Was? Sie haben einen Anst. Oh. Für die Stechuhr. Na, sowas. Sie hatten einen harten Arbeitstag. Kaufen Sie sich etwas Neues. Teures. Sie haben es verdient. Achso, ich habe es verdient. Hui. Jups. Gut. Dann. Und hier. Und hier. Hui. Jups. Und hier. Ja, gut. Wenn wir nicht alles kriegen, dann. Ist immer da auch nicht so. Äh. Trübt. Hui. Gut. Na hi. Du wolltest dich von mir verstecken. Ich habe es genau gesehen. Aber gibt's nichts. Sie hatten einen harten Arbeitsplatz. Das kann man nicht kaputt machen. Auch nicht vielleicht. Hauen Sie sich etwas Neues. Teures. Sie haben es verdient. Ich habe es verdient. Was Neues. Teures. Huch. Vor allem den Gaktus-Pokal habe ich verdient. Hui. Ach, hier ist das Mistvieh. Huch. Mit der Mistkäfer hier. Sie hatten einen harten Arbeitsplatz. Ich hatte einen harten, anstrengenden Tag. Natürlich. Hui. Habe ich das? Woher wissen die denn, was ich verdient habe? So. Hier sind die restlichen. So. Hier war noch ein Hund. Geil Fuß. Ja. Ich skipp den nämlich mit. Und natürlich. Zack. Hui. Jups. Und. Hui. Jups. Und. Hui. Jups. Na fein. Na, man hat alles mitgenommen. Da bin ich da sehr zufrieden mit mir. Und. Hui. Jups. Na gut, fast verfehlt. Aber noch getroffen. Ach, guck mal wer da ist. Ja, wada, wada. So, wir konnten uns erst mal ein bisschen aus bei dem. Haben wir ja vorhin. Hab ich aber leider nicht geschafft. Und dann kann es jetzt weitergehen. Zwei Geschenke haben wir uns schon verdient. Ich wette, bevor ich runterfahre. Gut. Ja, tatsächlich. Ja, das ist es mir natürlich wert. Jups. Und hier rüber. Hui. Oh, Mann. So, hier ist ein Fernseher drin im Einkommenswagen. Der Einkommenswagen nimmt uns jetzt einfach mal an. Und hier ist es einfach mal an. Ja, geh. Ach so, muss ich das? Ja, ja, ja. Tacheles reden. Guck mal, Tacheles reden. Geh. Problem, du. Hey, Leute, ich bin noch ein einfacher. Ja, du bist halt einfacher. Na, egal. Angestellter. Oh, guck mal, das ist doch ein Einkommenswagen. Wir haben auch schon leer. Wir wollen. Großen, weißen, Köpfen. Huh. Ich hab keinen großen Kopf. Ich hab keinen großen Kopf. Der ist global groß. Ich hab keinen großen Kopf. Und. Huh. Huh. Mein Schlitten. Wo ist mein Schlitten? Ich weiß nicht, wo der Schlitten ist. Ist es so, ja? Oh, ist aber denn? Der Schmuddel-Liebling. Wir haben noch einen Schmuddel-Liebling. Ja, gut. Wir haben den Schmuddel-Liebling. Und der hat einen... ...Nagel-Mauke. Gut. Oh, ich will voll flaschen. Für Patrioten. Vor allem für ein paar Idioten mehr oder weniger, ne? Ja? Das ist doch schön. Ich hab aber keine Kundenkarte, leider. Aber die Puppe ist trotzdem billig. Ja, der war auch schlechter. Aber... Und... Hui. Gut. Lebenslanger Finanzierungsplan für Lebensmittel. Hui. Jups. Verdammt. 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 Fast geschafft. Na gut. Versuchen wir nochmal. Kein Problem. Na gut. Hui. Hui. Jups. Dann kipps doch gar nicht. Oder? Schon wieder? Warum feiert jetzt eigentlich außen rum? Ach, ich hab keine Ahnung. Na gut. Das krieg mal hin. Und zack. Und zack. Na wunderbar, würde ich sagen, ne? Gut. Kommen wir hier ran? So ein bisschen. Gut. Ah, jetzt haben wir das Auto hier. Was wir eigentlich auch schon mal gesammelt haben. Weil das Video kenne ich ja schon. Aber gut, okay. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich hab so ein bisschen die Level... Ich hab so ein bisschen das Gefühl. Die Levels werden jetzt ein bisschen von da... Von, 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 von Inhalt her ein bisschen so wiederholt. Kann das sein? So ein bisschen aufgebaut, aber doch so ein bisschen wiederholt, ne? Wuh. Wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch. Äh, zwar das doch. Genau. Klingelt. Ja, klar. Wir rufen an. Wenn das so nett zu uns ist, klar, wir rufen an. Haben Sie schon mal.